Auf geht's, gib mir das Segel, dass wir die Segel streichen können. Ey, dein Feuer ist aus. Ich bin gleich da, bloß Chaos da, scheiße Rauchelung, ne? Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst vier Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für vier Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich nehme jetzt. Ja, bitte. So sei es. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Was mir gar nichts zu sagen. Der Segel der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Kommen Sie mir hoch. Ja, ich glaub, hier bin ich. Ich habe das Gefühl durch zu sammeln. Aber ich habe nicht geschlecht. Fliege das im Zweck, der da. Aber ich glaube nicht. Die sind unterwegs, selbst meine ich, wenn wir bei uns ein bisschen ausruhen können. Langsam reiten, Cowboy. Die sind nicht so gut. Stuckstuck rüber du hast mich gefunden denn ich sollte dir wohl endlich meine wahre gestalt enthüllen mein name ist roham bosforamus hyrule früher gab es hier ein reich namens hyrule ich war sein letzter könig du bist geboten vor 100 jahren ging das reich unter die große verheerung verschlang es nun das weißt du schon und ich in der katastrophe kam ich ums leben und nun geistere ich als verlorene seele in der welt herum nachdem du deine erinnerungen verloren hat ist wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten und deshalb nahm ich die gestalt des harmlosen landstreichers an vergib mir ich werde dir alles erzählen was vor hundert jahren in unserem land geschah die verheerung garnon sie ist die wiedergeburt eines dämonen königs der vor ungezählten jahren in diesem land geboren wurde eine manifestation seines zauns über die zeitalter wurde garnon zum stoff von märchen und legenden doch eines tages sprach ein königlicher weissager eine prophezeiung aus die erde auf der wir wandeln trägt zeugnis von der wiederkehr der verheerung garnon doch sie bild ebenfalls einen weg ihr zu widerstehen infolge dieser prophezeiung begannen wir mit ausgrabungen und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche relikte die vor urzeiten von unseren vorfahren erschaffen worden waren vier titanen gigantische maschinen in form von tieren die von einem piloten gesteuert werden konnten und die wächter die wie von geisterhand bewegt selbsttätig gegen feinde kämpfen sollten sie entsprachen auf erstaunliche weise den legenden die in unserem reich überdauert hatten die prinzessin welche die kraft besitzt das böse zu versiegeln der vom heiligen band schwert aus erwählte hält in uralten zeiten bekämpften sie zusammen mit den relikten den ursprünglichen garnon auch vor 100 jahren gab es eine prinzessin und einen talentierten ritter wir beschlossen uns nach dem plan unserer vorfahren zu richten aus den völkern high rules wurden vier vortreffliche krieger ausgewählt welche die titanen steuern sollten wir nannten sie recken und die prinzessin führte sie an der prinzessin und den fünf recken sollte es im handumdrehen gelingen die verheerung zu versiegeln so glaubten wir doch garnon war listiger als wir angenommen hatten sein vorgehen über traf unsere schlimmsten vorstellungen er brach aus den tiefen unterschloss high rule ans tageslicht und riss sofort die gewalt über die wächter und ahnen an sich alle im schloss und die vier recken in den titanen ließen an jenem tag gelegen der held erlitt bei der verteidigung der prinzessin liebensgefährliche verletzungen so wurde high rule unser schönes reich an nur einem tag von der verheerung garnon zerstört doch die die prinzessin hatte überlebt ganz allein stellte sie sich garnon entgegen der rest liegt an dir du bist unsere letzte hoffnung der name der prinzessin ist selda sie ist meine tochter und der ritter der sie bis zuletzt beschützte das warst du du selbst link an jenem tag hing dein leben am seidenen faden doch dann wurdest du zum schreien auf diesem plateau gebracht nach hundert langen jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt seit du erwacht bist hast du einige male eine stimme vernommen die dir den weg weisen will das ist sie selda die bis zum heutigen tag in schloss hyrule garnons macht im zaum hält aber seldas kraft neigt sich dem ende zu wenn sie versiegt kehrt garnon zurück und dieses land ist endgültig dem untergang geweiht link ich konnte mein reich nicht beschützen somit habe ich kein recht irgendetwas von dir zu fordern und doch habe ich eine bitte besiege garnon und rette sie rette mein volk und meine tochter selda die vier titanen sind jedoch noch immer in garnons gewalt und rund um schloss hyrule wimmelt es nur so von wächtern es wäre wohl nicht besonders klug sich ohne weitere vorbereitungen zum schloss zu wagen du solltest zuerst einem dorf im osten von hier einen besuch abstatten ich zeige es dir kakariko heißt es dort wohnt eine weise namens impa sie wird dir sagen was du zu tun hast wo kakariko liegt ist auf der karte deines schika steins eingezeichnet gehe zuerst zu den zwillings bergen und dahinter nach norden der weg dort führt dich bis zum dorf nimm schon das parasegel wie versprochen runder vor dem plateau nun kannst du von den steilen klicken dieses plateaus ohne furcht nach unten gleiten alles was ich weiß habe ich dir gesagt meine ganze hoffnung ruht auf dir das wird blingend war soll der in buen ge wo auch so Boah, 14. Geil. Oh, so. Wee, endlich voll geil. Das ist das Geilste am ganzen Spül, ne? Der Parasyl. Upsi. Mal mit Absicht. Äh, Rivets. Was, dann muss ich das ja mitnehmen. Ja, da drin liegt meine Kiste, oder? Nein, ich tue immer noch. Geil. Geil. Gehen schneiden. Nehmen wir gehen. Einfach jetzt mal auf das Plündern. Geil. 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 Da geht's wieder ein Krok zusammen. Alter. Ja. Will you know? In the loop. Give you an arm. Ich helfe. Ich habe das Maul geräumt. Hilfts mir. Wow. Wie schreit.